hallo es gibt mit rasenden schritt nach weihnachten zu ich habe sogar schon gefunden beim gucken und dann ihr wieder die ultimative chance wahrscheinlich auch drücken stimmt da ist nicht viel der zeit und einfach eine starke eine million goldene bauteile tatsächlich hier darin sicher verpackt also einheitlich so dass er kriegt jetzt hier im kopf kriegt noch ein bad vorher kriegt sogar noch ein paar und er kriegt einen bad wie krass so einen richtigen wikinger bart mit zopf dran ich zeige euch das gleich mal er hat einen hut ich zeige mal kurz hier was für einen krassen weihnachtsmombat dieser goldjunge hat so und dann brauchen wir hier noch irgendwas mit goldbarren sind die zahlen achte die gold waren ja ich habe noch nicht so ganz durch drungen was es ist aber naja jetzt haben wir hier auf jeden fall einen goldenen ritter mit goldbarren moped wahrscheinlich müsste man es kennen und irgendwelche fans werden uns total anhäten aber ich erkenne es einfach nicht das ist für mich ist einfach eine schöne start ich wüsste nicht was das ist wir werden das geheimnis was kann er denn eigentlich gut dass du hübsch bist irgendwelche vorzüge muss man ja haben so jetzt aber schwupps schwupps und der rest gilt als ersatzteil ja dann nein ja nix tschüss genau du musst auch noch das war fast vergessen wäre ja jetzt peinlich geworden das ist ein bisschen schade dass der nicht größer ist als all die anderen aber sieht cool aus mir passt ja wahrscheinlich nicht da rein aber der hat größere haare ja stimmt damit überragt er die anderen auch ein bisschen cool cool ist die größer die ist größer als viel ja er ist auch ein bisschen größer ja dann jetzt aber dankeschön und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal tschüss